Was ist denn hier los? Oh, es war doch nur aus Versehen. Ach ja, bis aus Versehen auf den linken Monsters sehen konnte. Ja, wenn ich halt wiederbelebensspamme. Warum spammst du denn? Ja, weil ich's kann. Ach komm ey, ich bin unkonzentriert übelst. Hast du was helft? Nein, hilft nicht. Deiner Vollschlag ins Gesicht. Ja, das würde mir wahrscheinlich zum ehrlich helfen. Ich gucke nur gerade mit einem Auge auf dem Bildschirm. Wo ist das andere? Ja, das macht schon schlafi, schlafi. Schlafi, schlafi. Oh, das ist schön zugedeckt. Mit dem Augenlied. Das ist bestimmt lustig, wenn sich das morgens nochmal umdreht. Weiß nicht, warum bleibt der hier stehen? Keine Ahnung, was ist mit ihm? Das ist eigentlich voll die geile Idee, oder? Ne, das muss man Doppelsprünge machen, oder? Ne, ich glaube schon. Man muss halt wenigstens mal springen. Jetzt geh halt mal. Komm Kevin, du machst das. Ich glaube, das ist alles gut. Ne, das steht da drin. War eh nur rum. Warum haben wir das eigentlich noch nicht früher probiert? Weiß ich nicht. Weil es uncool ist. Ja, ne, das ist nicht leicht erschaffbar. Sag ich mal. Das ist so anstrengend. Das scheiß gespawne geht noch am Arsch, ey. Die ganze Zeit saß da irgendeinen in der Fresse. Ich sag ja, das ist schwul mit dem Bettchen an der Seite. Das ist obergeil. Irgendwann am Ende. Ich hab keinen Bock. Nice, ey. Ich guck so. Aber er springt da so nach links weg. Oh mein Gott. Ich war rechts. Das war von mir aus zu sehen links. Ich? Und ich war hinter dir. Du bist einfach so nach links weggesprungen. Kurios. Das ist ein, ein, ein Pfeil für das. Geile, ihr wisstet ihr mir. Jemand steht da so rum. Und guckt uns an, obwohl er nach vorne springt. Das ist echt so krass krieg. Ach, mir geht das hier auf den Sack. Wie viele Pfeilen. Ja, ich versuche schon immer auf diese Steinplattform mit dem Bett zu kommen. Ja, ja, ja. Nein, das wird nicht sein. Mann, ey. Das ist echt übelst bitter gerade. Die späte Uhrzeit. Das bringt doch nichts. Das ist zu flach. Natürlich ist es zu flach. Was hast du da? Und wenn man dann so springt wie du, so einfach nichts weg, bringt das auch nichts. Hey. 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 Er ist voll lach und dann hey. Nö. Oh Mann. Kannst du auch das Spawnen abschalten? Trinkt das denn? Noch nichts. Er muss es noch tiefer machen. Lauf, Kevin. Lauf. Du bist dein Haustier. Hehehe. 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 Juiiii. Pfff. Was machst du da jetzt? Sollen wir jetzt zurücklaufen oder was? Geht vielleicht ein bisschen schneller. Ja, warte. Ich habe noch keine Leitern im Winter. Wieso Leiter? Da stellt man einfach nur einen Block hin und gut ist. Ich kann nicht spazieren. Das ist voll mies. Jetzt musst du immer den Weg zurücklaufen. Oh. Hm. Wir müssen weiter aufrufen. Hehehe. Scheiße. Ich darf mir grad zufrieden. Ich habe ja doch Superkräfte. Ja, du bist einfach der Besseste. Ja. Ab und zu. Mann. Das ist sauscheiße, man. Jetzt hat man viel öfter einen in der Fresse. Hehehehe. Ja, wirklich. Du bist so eine harte Holzhuse. Keine Holzhuse. Geht mal von dem Arsch. Scheiße. Challenge. Welcher Freak kommt auf so eine Idee, man? Du hast ihn vorhin, also, zum Anfang der Aufnahme genannt. Ja. 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 Seher Scholl, oder? Achso. Schlimm, klar. So. Jetzt kann ich mich immer mehr cutten, alter. Aber ist schon geil, wenn man den ersten Sprung einfach verkackt, das Bombe. Hehehe. Hehehe. Er fällt einfach hinten runter. Hehehe. Zu geil. Er wollte einfach noch mal wissen, wie es ist zu sterben. Hat er schon so lang nicht mehr gehabt. Und das ist ja wohl sogar noch die Wahrheit. Was ist jetzt? Ich hab die Blöcke heute weggemacht. Du bist mir genau reingelaufen. Warum? Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Mach doch da wieder die Blöcke hin. Da wird man doch sterben können. Hehehe. 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 Das war ja aber geil. Ich hab jetzt voll damit gerechnet runter zu fallen, ey. Hehehe. 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 Ja komm, ich fall nochmal hinten runter. Was ist da los? Was ist da los? Hört. hat incentives wie dem Nyungsebischirm. Hehehe. Sehnsucht. Hörやって�� tag lang nicht mehr gesehen. Perf oder ranste auf aus. Hehehe. Ne. Da mit Kevin richtig. Ach man... Let Pomann. Jetzt helping this to the ris you свою. Hehehe. Heinz laub. Dann laub. Das ist gut auch, Mann. Zieh du mich auch. Ja, nein. Erst durchlaufen wäre ich mitgekommen. Ja, du hast einen Anker geschmissen. Angeheftet. Ich hab's genau gesehen. Slash follow. Das wäre cool, manchmal zu springen. Ja, du musst einfach den vollen Anlauf nehmen. Dann geht das. Ja, sehe ich auch so. Und Kevin fällt bestimmt immer noch runter. Verdammt. Oh, warte, ich hab eine Idee, Kevin, warte. Mach eine Wand hin. Ah, Pervo ist im Baum-Modus. Alles wird gut. Wieso haben wir eigentlich immer noch keine Hilfs-Sprünge? Äh, Hilfsblöcke? Weil wir nur unten Hilfe mehr jetzt genug haben. Das ist ja eigentlich keine Hilfe. Das ist nur eine Abkürzung. Ja, ist ja. Na gut, jetzt können wir natürlich mehr tryen. Das ist schon richtig. Andere sind ja die Hilfsblöcke auch nicht. Ja, ja, richtig. Das ist wahr. Oh, stimmt. Doch, wenn ich anfange rumzueiern, ja, dann ist alles super. Ja, du musst gerade durchziehen. Ja, du kannst doch jetzt wegmachen. Braucht man ja sowieso eigentlich nicht mehr. Was ist da mit dem Block-Catch? Ja. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich kenne doch mal das eine Bett hier. Nur mal zur Sicherheit, falls er halt stirbt. Ach so, guter, guter Member. Ja, beste bin ich hier. Beste. Warte mal, ich mach jetzt einfach mal die Hand von der Maus und jetzt spring ich einfach mal. Ah, ok, das wird nichts. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was machst du denn da für eine Scheiße? Anstellen. Und nicht mal die Fresse im Gesicht. Das ist mir. Das fehlt uns. Anstellen. Jawohl. Ich mach vor dir aus. Dann können wir das vorne. Noo. Wie träglich er zielt. Ist ja unglaublich. Wie träglich er immer nur zielt. Ja, wo anstellen. Was ist denn hier? Hihihi. We. Ach, Mann, ey. Ah. Ja, ich sag ja, Kevin. Per muss im Construction Mode. Oh, das ist doch nicht wahr. Was machst du da für eine Scheiße? Hm? Mhm, was? Was? Das finde ich. Geh mal den Kevin an. Fällt ein Block? Ja, den hat er extra gemacht, damit man da reinfällt. Harte Prost sind wir. Harte Prost. Mach doch den Scheiß weg. Ja, genau. Mach's mir richtig, bitte. Nein. Wieder der vorletzte. Zweite mal der vorletzte. Verdammte Axt. Was ist denn jetzt? Äh. Okay, Leute, wir haben gerade irgendwie Teamspeak-Verbindung verloren. Moment, ganz kurz. Einerseits Error. Okay, ich komme gerade nicht auf den Server drauf. Boah, Mann, also Teamspeak. Boah, ey, scheiß wie Kokon. Äh, Speak Server. Boah, ist viel zu spät. Was ist denn jetzt mit dem Scheiß-DS los? So kann es natürlich nicht erfolgen, hier die ganze Geschichte. Error. Tja, so ist das halt immer. Man hat halt immer irgendwelche Komplikationen. Was macht eigentlich Permo hier für eine verkackte Scheiße? Ist der irgendwie behindert im Kopf oder so? Tja, dann kommentiere ich das jetzt mal hier eiskalt weiter und schau mal, was hier so draus wird. Aus der ganzen Geschichte. Denn irgendwann müsste es das ja wieder gehen. Ich kommentiere hier mal fröhlich vor mich weiter. Ich weiß zwar nicht so ganz genau, was ich jetzt erzählen soll, weil das ist jetzt zwar hardcore langweilig. Aber gut. Tja, können wir nichts machen an der Situation. Kann man jetzt gerade leider nichts ändern. Ah ja, man könnte natürlich jetzt einfach die Aufnahme unterbrechen. Was ich jetzt aber eigentlich gar nicht will, denn ich bin jetzt gerade wieder wach geworden. Wach, wach, einfach wach. Bam, wach. Das ist ein cooles LPT hier. Permo steht rum und schreibt und Kevin springt. Und wie ich. Der sich noch Premium bei der Telekom bekommt. LOL. Ah ja, 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 die Telekom. EU-Kommission bestochen hundertprozentig, damit sie da die scheiße Internet-Neutralität aufheben können. Aber gut, so ist das halt manchmal. Okay, also Permo sagt, er ist wieder drauf. Dann probiere ich das doch vielleicht mal aus. Ja, ja, ja. Und da sind wir auch wieder alle da. Jetzt können wir weitermachen. Hey, Party. Hallo, 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 hallo. Willkommen zurück hier bei, ja, wie wir oft hier schon willkommen zurück gesagt haben. Willkommen zurück hier bei 50.000 Dice. Das reicht nicht. Wieso regnet es eigentlich, wir sind über den Wolken, da kann es nicht regnen. Was für eine Scheiße. Mach doch mal eine. Ich habe es nicht mehr im Speicher. Was? Toggle. Down. Pole. Oh, Mann. Ach ja. Ja. EU-Kommission hat die Telekom im Schluch. Ich weiß es genau. Äh, andersherum. Telekom. Wir brauchen mal einen Bösen. Macht mal was. Ja, das kann natürlich aussehen. Wobei, die freuen sich natürlich schon zweier, das ist der Arschloch, ne? Ja, klar. Kevin, hast du schon wieder hinten durch geschafft? Ja. Ah, du bist halt halt der Cheater, ey. Wer hat Strafe, wer so weit kommt, der fällt tief. Ich bin ein Auszug, keiner, wirklich. Was hat er gesagt? Keine Ahnung, was er gesagt hat. Ja, weil es echt besoffen ist. Was? Ich bin noch nicht betrunken, Alter. Ist halt nur doof, weil es die Zuschauer jetzt nicht hören dürfen können. Wer kann das nicht hören? Wer kann das nicht hören? Die Zuschauer. Die Zuschauer. Hallo, Kitty, äh, Mann. Ich kann auch noch knuffig sprechen. Nein, kannst du nicht. Das hört schon mal knuffig an. Ja, da wird mal kurz die Heliumflasche aufgetreten, dann geht's ab, ne? Er wird wieder wach, ja. Nein, dann nicht nur, oh mein Gott. Ja, dann ist er wieder wach. Ach ja, Mann, das ist doch hier doof. Erzählt mal einen Weg aus eurem Leben. Der größte Upturn für Minecraft war für mich 500 Jumps. Was hast du denn bisher in Minecraft alles so gespielt? So ein bisschen eigene Map und jetzt 500 Jumps. Ja, und noch so ein paar andere Adventure-Maps. Fick dich! Fick dich! Das ist doch schwerer Schwedtasch. Ach ja. Mann, jetzt war ich endlich mal wieder bis ganz hinten, ne? Nein, ich bin immer noch nicht zum letzten Sprung gekommen, immer noch bis zum vorletzten. Hüpft der da rum. Geh auch schon weg. Alter, hast du das? Alter, Alter. Alter. Alter, jetzt bin ich fast runtergefallen. Oh Mann. Oh, nein. Was ist jetzt kaputtgegangen? Was ist jetzt kaputtgegangen? Schnell, da hoch. Nein. Schnell da hoch. Warum haust du denn immer auf den Boden mit Game Mode auch noch? Ah, du körperlunge. Ich habe gehört, du hast Sehnsucht nach dem Todesbildschirm. Nein, ich nicht. Nur Kevin. Ach so. Genau. Der ist ja der folgte Demo, bis nach hinten läuft. Ja, genau. Huiiii. Huiiii. Was macht der denn da? Hast du da jetzt gerade einen Hilfsblock eingebaut? Weiß nicht. Oh. Ich bruchte ja einen Hilfsblock hier vorne. Da bin ich ja schon lange nicht mehr runtergestürzt, als es hier die coolen Plattform gibt, aber... Ah, hier hinten, hier kämpft es bei mir am meisten. Der war sogar der Hilfsblock. Nee, der war noch eins weiter. Hör auf zu reden. Okay, ich hör auf zu reden. Nein, so ein Schwachsinn zu reden. Warum drück ich denn immer Shift, dich Idiot, Alter? Sprich. Ah, jetzt hat er sich wieder gemütigt oder so. Hm, hm, hm. Eben, ich brauch nichts mehr sagen. Mh. 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 Wird blöd, ich bin abgefuckt von dieser Scheiß-Map, Alter. Ja, fickt euch, Alter. Mh. So, ich kann nicht sterben. Der Feuer ist... Da macht man eigentlich Schluss? Jetzt... Ich bin nicht so... Konzentrieren bringt jetzt auch nichts mehr... Ich hab gesagt, du sollst nicht mehr so blöd zu sagen... Oh, sorry... Ja, gut, okay, also komm, dann machen wir uns auf und davon... Ich hab die ganze Zeit jetzt ehrlich nicht zusagt, das ist voll leise geworden auf einmal... Das ist vollkommen richtig... Das verwirrt einen eigentlich halt auch, wenn... Wenn man weiß, dass der andere nicht mehr spricht mit Absicht... Weißt du, was ich meine? Ja, ja... Nein, schon wieder am vorletzten... Ich hasse es, man... Fick dich, diese Scheißkacke, ey... Langsam ist es gut... Nächstes Mal überspringen wir, dass wir über eine Stunde hier an der Kacke... Und keiner... Keiner Challenge waren wir so kacke wie hier... Außer in der, wo wir gar nicht erst richtig getrielt haben... Ist doch mies... So... Dann verabschiedet euch... Wir machen jetzt Feierabend... Das ist jetzt wieder... 10 nach... 10 nach 1 in der Früh... Und... Bis zur nächsten Aufnahme-Session von... Fyfen Red Jumps... Bis dahin... Auf nie vergessen... Bis dahin... Tschö... 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 Tschö...